Tom's Talk Time Folge 852 In der heutigen Episode von Tom's Talk Time geht es darum, wie du häufige Fehler beim Networking vermeidest und dein Unternehmernetzwerk effektiv ausbaust. Ich erzähle dir, warum es so wichtig ist, gut vorbereitet zu sein und wie du echte Verbindungen knüpfen kannst, anstatt nur Visitenkarten zu sammeln oder zu verteilen. Wir schauen uns auch an, wie du deine Zeit auf Networking-Events optimal nutzt und die richtigen Veranstaltungen für dich auswählst. Also, bleib dran, hol dir wertvolle Tipps und lerne, wie du dein Unternehmen durch strategisches Networking auf das nächste Level bringen kannst. Hallo Podcast Nation, schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich begrüße dich heute bei strahlendem Sonnenschein aus dem sommerlichen Backofen oder besser momentan könnte man sagen aus der sommerlichen Sauna Dubai und freue mich, dich auch heute wieder hier zu haben und dir ein spannendes Thema näher bringen zu dürfen. Heute geht es um das Thema Fehlervermeidung beim Networking und zwar über häufige Fallstrecke. Networking ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines jeden Unternehmers und, wie du sicherlich schon selber weißt, es kann Türen öffnen, die sonst verschlossen bleiben würden und dir helfen, wertvolle Beziehungen aufzubauen. Wie immer habe ich mir wieder ein paar wichtige Punkte rausgesucht, welche ich dir hier kurz erläutern möchte, um dir einen maximalen Mehrwert geben zu können. Erstens, ein häufiger Fehler beim Networking ist es, unvorbereitet zu sein oder vielleicht sogar einfach nur zu erscheinen, aber das eine ist genauso schlimm wie das andere. Stell dir vor, du gehst auf eine Veranstaltung und hast keine Ahnung, wer dort sein wird, welche Unternehmen vertreten sind oder was das Thema des Events überhaupt ist oder auch welche Branche oder Branchenspezialisten dort vertreten sind. Das ist so ein bisschen wie ins kalte Wasser zu springen und zu hoffen, dass du irgendwie dann doch schwimmen kannst. Vorbereitung ist hier wirklich alles. Schau dir im Vorfeld die Gästeliste an, sofern eine verfügbar ist. Oft, also zumindest bei, ich sag mal, etwas hochwertigeren Networking-Events ist das in der Regel der Fall. Informier dich über die Speaker, die dort auftreten, auch ganz wichtig, und überlege dir natürlich auch ein paar Fragen und Gesprächsthemen für die einzelnen Personen oder zumindest die einzelnen Branchen, die dort vertreten sind. So bist du nicht nur besser vorbereitet, sondern kannst dann auch noch gezielt auf Leute zugehen, die für dich und dein Business interessant sein können und hast auch direkt Gesprächsthemen und bestimmte Fragen einfach im Hinterkopf und kannst sicherlich besser punkten als eventuell andere, die nicht so gut vorbereitet sind wie du. Ein weiterer häufiger Fehler ist es, zu viele Visitenkarten zu verteilen. Ja, du hast richtig gehört. Auch zu viele Visitenkarten ist nicht gut. Klar, Visitenkarten generell sind wichtig, aber es geht nicht darum, so viele wie möglich zu verteilen. Vielmehr solltest du dich darauf konzentrieren, echte Verbindungen zu knüpfen. Und zwar ist hier das Motto Qualität vor Quantität. Such dir gezielt Personen aus, mit denen du wirklich ins Gespräch kommen möchtest, denn ein tiefgehendes Gespräch mit einer Person kann auf Mehrwert sein als ein oberflächlicher Smalltalk mit tausend anderen, die da sind. Hauptsache, du hast irgendwie, keine Ahnung, alle Visitenkarten verteilt. Das wollen wir natürlich nicht, denn wir wollen einfach lernen, wie es funktioniert und wie du einfach erfolgreich sein kannst. Und da helfen zum Beispiel auch Hörbücher. Und siehe da, da habe ich sogar was für dich. Und zwar das hier. Wenn du auch auf Hörbücher stehst, dann hol dir jetzt unser Hörbuch Selfmade-Millionäre packen aus. Hierfür haben wir hunderte von Interviews analysiert, allesamt von Selfmade-Millionären. Dabei haben wir festgestellt, dass es immer wieder die gleichen neun Eigenschaften sind, die sie gemeinsam haben und die Millionäre von Nicht-Millionären unterscheiden. Aber das Beste daran ist, im Hörbuch verraten wir dir nicht nur diese neun Eigenschaften, sondern wir geben dir auch eine genaue Anleitung, wie du dir diese neun Eigenschaften selber aneignen kannst. Hole dir jetzt dein Hörbuch auf tomstalktime.com slash Eigenschaften und erfahre, welche Eigenschaften dich auf deinem Weg zum Millionär unterstützen. Selfmade-Millionäre packen aus. tomstalktime.com slash Eigenschaften Jetzt, wo wir die Bedeutung der Vorbereitung und die der Qualität von Katakten verstanden haben, lassen wir über die nächsten Punkte sprechen, die nicht weniger wichtig sind. Und zwar ein weiterer Punkt ist das richtige Zeitmanagement beim Networking. Es ist leicht, sich in einem guten Gespräch völlig zu verlieren und dann am Ende letztendlich die halbe Veranstaltung mit nur einer oder vielleicht zwei Personen verbracht zu haben. Klar sind tiefgehende Gespräche wertvoll, aber versuch hier eine Balance zu finden. Achte darauf, dass du auch andere interessante Kontakte knüpfst und dich nicht zu lange bei einer einzigen Person aufhältst. Wenn du mehrere Personen kennengelernt hast und feststellst von wegen, die anderen irgendwie alles ist nix, kannst du immer noch zu dieser einen interessanten Person wieder zurückgehen und das Gespräch weiterführen. Es kann hierbei hilfreich sein, sich ein paar Ziele zu setzen und zwar mit wie vielen Leuten möchtest du uns sprechen. Du kannst dir einfach vorher überlegen, was weiß ich, der Abend geht jetzt vier Stunden, Du willst maximal eine halbe Stunde pro Person sprechen. Das heißt, sind maximal, ich sag mal roundabout acht Personen, mit denen du dann an dem Abend sprichst. Wenn es zehn oder zwölf sind, ist auch okay. Wenn es nur sechs sind, sieben sind, ist natürlich auch okay. Aber dass du einfach so grob ein Gefühl hast, dass du da so ein bisschen die Zeit im Hinterkopf hast und auch das Gefühl hast, wie viele Leute kannst du denn wirklich realistisch an einem Abend kennenlernen, wenn es nicht nur eben Smalltalk von zwei, drei Minuten sein soll. Und hierbei ist es natürlich auch hilfreich, dir zu überlegen, welche Themen du ansprechen möchtest, denn so kannst du deine Zeitung mal effizienter nutzen. Und ein kleiner Trick, den ich persönlich zum Beispiel auch ganz gern anwende, wenn ich weiß, dass es ein super spannendes Event ist, wo richtig viele High-End-Kontakte oder zumindest potenzielle High-End-Kontakte da sind und nicht so richtig in diesen Power-Network-Modus gehe, dann mache ich folgendes. Bevor ich in ein neues Gespräch gehe, stelle ich mir den Timer von meinem Handy auf 20 Minuten ein oder 15 Minuten, also je nachdem, welche Zeit ich mir vorher setze, aber meistens so in dem Dreh 15 bis 20 Minuten, natürlich nur mit einem Vibro-Alarm und jetzt keinen lauten Alarm, das ist ganz klar. Vibro-Alarm packen in meine Hosentasche, so dass ich einfach auch spüre, wenn der Alarm losgeht. Und so vergesse ich auch bei wirklich spannenden Gesprächen nicht die Zeit oder vielleicht vergesse ich sie, aber ich werde dann eben mit dem Ablauf des Timers dran erinnert und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich den Timer ignoriere, weil dann geht der in fünf Minuten wieder los, wenn ich ihn ignoriere und kann dann nochmal überlegen oder ich schalte ihn aus oder ich starte ihn nochmal komplett neu. Aber in der Regel mache ich so, dass ich dann wirklich nach dieser gesetzten Zeit mich losreiße, mich für das Gespräch bedanke und dann meinen nächsten Kontakt suche. Und wie gesagt, wenn sich rausstellt, dass andere Kontakte auf dem Event nicht wirklich so spannend sind, kann man immer noch zu den Kontakten zurückgehen, die spannend waren. Aber es wäre halt, wie gesagt, ärgerlich, wenn du, was heißt ärgerlich? Es ist immer relativ, ob das ärgerlich ist, aber wenn du halt vorhast, da acht bis zehn oder 15 Leute kennenzulernen am Abend und du letztendlich nur mit einer Person den Abend verbringst und sich dann vielleicht, ich meine, der Teufel ist ein Eichhörnchen, wie sich das dann irgendwann herausstellt, dass dieser Kontakt ja vielleicht gar nichts gebracht hat, auf lange Sicht, ja, dann war es halt auch ein Satz mit X und das Event hat dir dann auch nicht wirklich viel gebracht. Ein weiterer, auch der letzte Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist die Auswahl der richtigen Veranstaltungen. Denn nicht jedes Event ist für dich und dein Business relevant und das hat gar nichts mit der Qualität der Veranstaltung zu tun. Wähle eine Veranstaltung aus, die wirklich zu deinen Zielen und zu deiner Branche passt, denn es bringt nicht Zeit und Geld, in ein Event zu investieren, wo nicht deine Interessenten oder deine Zielgruppe vorhanden ist und was einfach nicht zu deinen Interessen und zu deinen Bedürfnissen passt. Schau dir die Agenda an, die Liste der Speaker und wenn es keine Teilnehmerliste gibt, kannst du zumindest aufgrund der Speakerliste und des Themas des Events so ein bisschen auf die Teilnehmer zurückschließen. Überlege, wer dort sein könnte und ob du dort überhaupt die richtigen Leute treffen wirst, die dein Netzwerk auch wirklich erweitern können. Ein konkretes Beispiel aus Dubai, was ich persönlich selbst erlebt habe, und zwar ein guter Freund von mir in Dubai, hat mich auf ein Event aufmerksam gemacht und meinte, hey Tommy, schaut's aus, dann, dann, das Event, hast du Bock, geh mal hin. Ich so, jup, klar, machen wir. Wir sind hingegangen und ich war richtig begeistert. Es waren wirklich jede Menge hochkarätige Unternehmer da. Ich habe richtig gute Kontakte geknüpft und auch ein paar sehr vielversprechende dabei gewesen. Und nach den Events setzen wir uns meistens dann noch irgendwo hin, rauchen noch gemütlich eine Zigarre, setzen uns irgendwo an den Beach oder in irgendeine Bar, was auch immer. Auf jeden Fall reden wir dann meistens noch so ein bisschen über das Event. Und ich war halt relativ begeistert, so wegen, ey, Mensch, war doch klasse und hier geile Kontakte und hin und her und habe halt gemerkt, dass mein Kumpel das irgendwie gar nicht so toll fand oder er nicht so begeistert war wie ich und ich habe ihn so gefragt, so hey, was ist denn los? War das nicht so dein Ding? So von wegen, waren doch geile Leute da. Und dann meinte er so, ja, an sich schon, aber nicht meine Leute, also meine Zielgruppe, denn seine Zielgruppe, oder andersrum, meine Zielgruppe sind Unternehmer. Seine Zielgruppe sind Coaches. Das heißt, er kann mit Unternehmern in Anführungsstrichen nichts anfangen. Klar, kann man sich mit denen nicht unterhalten, aber jetzt wirtschaftlich ist das nicht seine Zielgruppe, sondern er sucht einfach ein Network-Event, wo nur Coaches sind, weil Coaches seine Zielgruppe sind, denen er eben helfen kann. Und die waren auf diesem Event nicht wirklich vorhanden, zumindest habe ich persönlich auch keinen kennengelernt. Und damit war das Event für ihn in Anführungsstrichen Zeitverschwendung. Ja, also von daher nochmal zusammengefasst, such dir Events aus, wo auch wirklich deine Zielgruppe sind, weil es bringt nichts, wenn das ein mega geiles Event ist, du aber letztendlich gar nichts davon hast, außer vielleicht einen netten Zeitvertreib und vielleicht nette Gespräche. Aber wir reden jetzt hier vom effizienten Netzwerken und wie du eben diese Fehler vermeiden kannst. So, das soll es für heute zum Thema Fehlervermeidung beim Networking auch schon langsam gewesen sein. Ich hoffe, du konntest einige wichtige Informationen für dich daraus mitnehmen. Erinnere dich einfach daran, dass gute Vorbereitung, gezielte Kontakte, effizientes Zeitmanagement und die Auswahl der richtigen Veranstaltungen entscheidend sind, um erfolgreich netzwerken zu können. Was waren aus dieser Episode deine wichtigsten Erkenntnisse? Schreib es mir doch ein, du mal in den Kommentar, in deine Podcast-App oder natürlich auch gerne auf Social Media oder direkt als E-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich dich noch daran erinnern, sofern noch nichts geschehen, dir mein Hörbuch Selfmade Millionäre packen aus auf tomstalktime.com slash Eigenschaften runterzuladen. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Also, ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß für die kommende Woche und ganz wichtig, egal ob beim Networking oder bei was auch immer, denk nämlich immer dran. Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, mach's gut, dein Tom. Möchtest du als Unternehmer deine Reichweite maximieren? Dann werde jetzt Gast in unserem Podcast, dem größten deutschsprachigen Unternehmer-Podcast weltweit. Betrete die gleiche Bühne, auf der schon viele Prominente als Interviewgäste zu hören waren. Durch deine Teilnahme als Interviewgast positionierst du dich als der Experte und profitierst von der Aufmerksamkeit unseres hochwertigen Publikums. Besuche jetzt unsere Website unter tomstalktime.com und bewirb dich als Interviewgast. Wir freuen uns darauf, deine einzigartige Perspektive mit unserem Publikum zu teilen und gemeinsam deine Marke zu stärken. Besuche jetzt tomstalktime.com und klicke auf jetzt Interviewgast werden. und klicke auf und klicke auf und klicke auf und klicke auf